Hallo liebe Teinacher Freunde, ich bin Chris von Kokomo und heute machen wir mit der Genusslimonade Limette Minze einen alkoholfreien Chili Mojito. Dazu benötigt ihr lediglich ein Glas, gebt ihr drei bis vier Scheiben Limette ins Glas hinein, eine gute Handvoll Minze, einfach um ein bisschen die Schärfe der Chili zu binden, dann eine halbe Handvoll frische Chili, das Ganze ein bisschen zerdrücken, mit Crash-Eis auffüllen und füllen das Ganze mit der Genusslimonade auf. Damit sich der Geschmack gleichmäßig im Glas verteilt, rühren wir das Ganze etwas um, geben für die Optik noch mal ein bisschen Crash-Eis oben drauf und mit frischer Minze ausdekorieren. Passend dazu kann man natürlich noch ein paar Chili Fäden benutzen und eine kleine Chili. Und fertig ist euer scharfer Mojito. Cheers!